In diesem Video sehen wir uns an, wie man Zeitpläne in Power BI Online für Datasets einrichtet. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich bin nun in Power BI Online angemeldet und sehe nun meine Startseite und auch meine Arbeitsbereiche. In meinem Arbeitsbereich habe ich nun verschiedene Dashboards, aber auch Datasets. Diese kann ich im Menü links auswählen. Ich wähle Datasets und erhalte nun eine Übersicht über alle vorhandenen Datasets in meinem Arbeitsbereich. Nun kann ich ein einzelnes Dataset, einen Zeitplan konfigurieren und hinterlegen. Dazu wähle ich nun das entsprechende Dataset aus und wähle im Menü Einstellungen. Nun komme ich zu dieser gezielten Konfiguration eines bestimmten Datasets. Darin habe ich nun die Möglichkeit, eine geplante Aktualisierung einzurichten. Ich wähle diese aus. Diese besitzt nun mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Grundsätzlich, ob diese aktiviert sein soll oder auch nicht. Des Weiteren hat sie noch eine Option der Aktualisierungshäufigkeit, ob denn dieser Zeitplan täglich oder wöchentlich ausgeführt werden soll. Anschließend auch die Bestimmung der Zeitzone und letztlich die einzelnen Aktualisierungszeitpunkte. Diese können in der Gratis-Version von Power BI Online auf maximal acht verschiedene Zeitpunkte konfiguriert werden. Letztlich kann auch noch eine E-Mail eingerichtet werden für die Benachrichtigung bei Aktualisierungsfehlern. Wie ihr seht, könnt ihr so eure Dashboards und Berichte und die zugrunde liegenden Datasets mit einem Zeitplan hinterlegen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.